Mein Name ist Melissa Celik. Ich bin Studentin und Ihre Kandidatin für den Gemeinderat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Durch meine türkischen Wurzeln weiß ich aber, wie wichtig das Thema Integration ist und nehme mich daher diesem Thema gerne an. Aus meiner jahrelangen Arbeit im Jugendgemeinderat weiß ich auch sowohl um die schönen Ecken dieser Stadt als auch um ihre Schattenseiten und möchte dennoch meinen Teil zu ihrem Wachstums- und Entwicklungsprozess beitragen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Pforzheim eine bunte, vielfältige und zukunftsträchtige Stadt ist. Deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung.